einen wunderschönen guten tag wir haben es in einem extra video schon angekündigt und zwar geht es heute um unausgesprochene fantasien fantasien von zuschauern die uns geschrieben haben und fantasien die wir im internet gefunden haben wir haben überall im internet gesucht wir haben uns alte domian folgen und heute erzählen wir euch schlüpfrige geheimnisse der menschheit und weil wir beide so lustig sind spielen wir am anfang immer ein bisschen und was wir spielen haben wir am samstag entscheiden lassen von unseren zuschauern die im facebook live stream zu geguckt haben wir haben gesagt entscheidet was wir spielen sollen es wurde sich entschieden für singen leute ob das eine gute entscheidung war werden wir gleich sehen aber wir werden es auf jeden fall tun also es wird jetzt so ablaufen dass andy mein handy kriegt mit meiner playlist drauf damit ich das lied auch kenne und ich krieg sein handy mit seiner playlist damit er das lied kennt wenn wir es dann schaffen dass wir es erkenntlich machen wer fängt an schnick schnuck schnick schnack schnuck andy fängt an ja hau rein ich muss erstmal hören wie das lied geht hat das eine melodie das lied nee singen mrs so flach i am oh baby oh baby könnte in jedem lied drin sein hey 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 schade also es wäre gewesen offensichtlich kanye west mit say you will also kanye west hätte ich erkennen müssen du hast verloren schon mal aber mal gucken ob ich es besser mache tauschen ok ich drücke jetzt ja oh das ist das ist tristan ich weiß es machen wir Pause ja ich glaube es ist tristan mit flight das ist tristan mit flight ich habe gewonnen ich habe es erkannt oder hast du gewonnen weil du es erkannt hast ich habe gewonnen ok pass auf machen wir eine zweite runde ja die erste habe ich gewonnen ok weil ich so gut gesungen habe dass du es erkannt hast das ist die challenge ich glaube es nein 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 ich drücke jetzt konzentriere dich konzentriere dich ah ne du brauchst dich nicht konzentrieren ich bin so gut du brauchst dich gar nicht konzentrieren Miami is in the und deine mutter mitte der nacht ah ah kokaina ah kokaina ah kokaina also wenn du jetzt nicht weißt welches lied das sein könnte doch ich weiß es aber nicht was Spaß zu sehen also es ist Miami Yassin mit Kokaina 2 0 hoppa hole das lasso raus wir spielen Cowboy und Indianer ja easy Tim Toupet mit komm hole das lasso raus Okay, wir haben uns doch noch entschieden. Beim 2-1 könnte es vielleicht noch spannend werden. Wir machen sogar noch eine dritte Runde. Ab geht die wilde Fahrt. Los geht's. Hat das Text das Lied? Man weiß es nicht. What are we living for? Is this my friend? Nein. Another hero? Ist das Queen mit Who Wants to Live Forever? Nein. Show must go on. Queen mit Show must go on. Hey, komm. Ja, Mann. 2-2. Oh, Finale. Finale, der Druck. Okay, bereit? Ja, bereit. Möchte dich dran erinnern? Was denn? Ich bin gut. Ich weiß es nicht. Was ist das? Nein, ich weiß es nicht. Du weißt das echt nicht? Das ist auch meine Performance, ne? Ah, doch, ich weiß es. Es ist Blausch mit City Lights. Scheiße, Mann. Man kann mich nicht schlagen. Es hat mir Spaß gemacht. Vielleicht hast du beim nächsten Mal eine Chance. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt wollen wir aber unbedingt auf die Zuschauerfantasien eingehen, ne? Und da kamen echt gute Sachen. Dadurch, dass wir immer so kurz sind, haben wir natürlich nur die Möglichkeit, hier auf zwei Sachen eins zu gehen. Wir haben uns wieder entschieden, Mann und Frau zu machen. Natürlich anonym, ne? Also Peter und Mandy. Grüße. Und eine Grüße. Ich erzähle dir mal von der Geschichte, die der Herr erzählt hat, ja? Ja. Bist du bereit? Also, der möchte gerne, der Herr möchte gerne betrogen werden von seiner Freundin. Allerdings möchte er das spielen, dass er derjenige ist, mit dem sie ihn betrügt. Er geht zur Arbeit und so und tut dann so, als ob er in Klempner ist, klingelt bei seiner Freundin, die macht auf und dann geht es auf einmal los. Macht dich das geil gerade? Na, ich habe es ja geschrieben. Also er will, dass seine Freundin fremd geht. Ja, aber anscheinend dann doch nicht so richtig. Aber es ist krass, guck mal, dass er sich das nicht traut, das zu erzählen. Wie findest du das? Glaubst du das? Finde ich richtig. Findest du richtig? Also was heißt finde ich richtig? Würdest du es erzählen? Ich glaube, wenn es mich so krass beschäftigt, dann vielleicht, ja. Aber ich hätte ganz ehrlich gesagt Angst, dass wenn ich meiner Freundin sagen würde, Schatz, ich habe die Fantasie, dass du mir fremd gehst, aber mit mir, dass du da so eine Tür aufmachst, wo sie dann sagt, naja, wenn dich das anmacht, dass ich fremd gehe, dann lass uns doch gleich den ganzen Weg gehen. Versteck dich im Schrank? Ich habe ja jemanden. Warte, fünf Minuten. Bip, 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 bip. Ich könnte jetzt nicht hundertprozentig empfehlen, ja, erzähl es. Nee, könnte ich auch nicht. Also da gibt es andere Sachen, wo ich sage, erzähl es. Aber ich würde, glaube ich, empfehlen, wenn er das nicht schon gemacht hat, so diese Rollenspielnummer mal zu machen. Also wenn, das ist ja ein Rollenspiel so. Man kann sich ja auch antasten und sagen, hey, ich habe jetzt Bock, ich bin mal der und du bist mal die und das würde ich auf jeden Fall sagen, oder? Du willst dann schon, dass er sozusagen, also nee, sie soll sozusagen dann auch jemand anderes sein. Ich glaube, das würde ihn nicht ganz glücklich machen. Nee, glaube ich auch. Ich glaube, sie soll schon die sein, die sie ist und er soll der Klempner sein. Aber man kann sich ja rantasten und erst mal so sagen, so hier, du bist Biene Maja und ich bin Willi. Ja, das ist traurig, dass du das sagst, das sind Geschwister. Quatsch. Sind alle Bienengeschwister, dann sind es Geschwister. Ich habe mich mit der Geschichte von Mandy, der heißt natürlich nicht Mandy, beschäftigt und zwar, und da bin ich vor allem auf deine Meinung gespannt, die Zuschauerin hat die Fantasie, dass sie ihrem Partner, die sind glaube ich schon ein paar Jahre zusammen, hat sie geschrieben, gerne mal beim Masturbieren zusehen würde. Sie findet es, die findet den Gedanken erregend und heiß, wenn die beiden keinen Sex miteinander hätten, sondern dass sie ihm zuguckt. Aber auch, auch so wie ich das verstanden habe, also nicht während des Aktes, sondern so quasi, ich setze mich auf den Stuhl und gucke meinem Partner zu und sie traut sich das nicht, ihrem Freund zu sagen. Sag es ihm einfach, er macht es hundertprozentig, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, da gibt es echt kein Problem. Wenn du es einem Typen sagst, mach es dir mal selbst, ich würde da gerne zugucken bei. Ich glaube, es gibt natürlich ganz verschiedene Typen, aber vom Gefühl her neun von zehn sagen jetzt. Also nochmal vielen lieben Dank an die Menschen, die uns Nachrichten geschrieben haben. Komischerweise unter dem Video hat sich keiner öffentlich dazu geäußert. Warum nur? Aber vielleicht kommentiert ihr ja jetzt hier eure Fantasien, das ist eure zweite Chance quasi. Wir haben aber natürlich nicht nur Zuschauernachrichten bekommen, sondern wir haben, wie wir schon gesagt haben, das Internet durchforstet. Ich glaube, ich habe... Die tiefsten Löcher haben wir. Die tiefsten Löcher im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mich viel mit Domian beschäftigt und du hast so im Darknet quasi gesucht, oder? Nö, das ist einfach so. Meine Freundin ist das Zimmer durchgegangen und dann kam da ein bisschen was bei rum. Waren krasse Geschichten bei. Also es ist jetzt nicht eine Fantasie von mir, aber es gibt es auf jeden Fall diesen Trend. Und zwar ist es der Giant Woman Trend. So, es gibt Videos, da sind aus ganz kleinen Winkeln aufgenommen, dass die Frau aussieht wie ein richtiger Riese. Also so wie wenn du früher Smacks gegessen hast und gesagt hast, ich esse euch alle auf. Hast du gemacht, ja? Habe ich immer gemacht. Und dass es dann Frauen, also dass es Männer gibt, die ganz klein sein wollen und dass die Frau so riesengroß ist und dann die Frau hat dann in dem Video dann auch immer so eine kleine Minifigur, wie diese kleinen Soldaten von früher, kennst du die, mit denen man gespielt hat? Ja, ja, ja. Und das ist dann, der Mann fühlt sich dann da rein und dann macht sie ihn zum Beispiel in ihre Unterhose rein. Es gibt Männer, die wollen ganz klein sein und in der Unterhose der Frau den ganzen Tag rumgetragen werden und es gibt richtig viele Videos davon, ja. Also sie läuft dann auch in den Videos manchmal so kleine Städte wie so ein alter Godzilla-Film oder sowas und dann nimmt sie die und dann sagt sie so, ja du bist aber höfst. Dann steckt sie sie in ihre Unterhose rein, hat sie vielleicht noch eine Strumpfhose an oder sowas und der muss dann da drinnen leben. Sind das große, dicke Frauen? Nein, das sind hübsche Frauen, ganz normale Pornostars, würde ich sagen. Echt, ja? Und die machen das dann so als Fetisch oder sowas oder als Fantasie. Also fand ich richtig abgespaced. Ist im echten Leben, um nochmal es nicht durchzuführen, ne? Ist nicht durchzuführen, nee, leider nicht irgendwie. Außer es kommt mal der Angriff der riesen Amazon-Frau. Ist ja angekündigt worden jetzt vor kurzem. Ja, ja, ja. Meine erste Domian-Geschichte ist, glaube ich, nicht so das größte Highlight für ganz viele, weil ich glaube, das ist die bekannteste Domian-Geschichte. Ach, dann weiß ich wovon. Du weißt, wen ich meine? Ich glaube, ich glaube schon, ja. Den Hackfleischmann. Also da hat ein Typ angerufen und hat gesagt, ihn macht das, also er geht zum Fleischer, kauft sich Unmengen an Hackfleisch, packt die in eine Badewanne, formt sich in der Badewanne eine Frau daraus und findet es unfassbar geil, mit diesem Hackfleisch zu schlafen. Es gibt ja auch American Pie, ne? Mit dem Apfelkuchen und so. Hast du sexuelle Fantasie mit Essen? Nee, gar nicht. Aber auch nicht dabei essen oder so. Ich finde auch immer, wenn du in irgendwelchen Filmen siehst, dass sich Leute mit Schokolade vollschmieren und so. Es gibt, kennst du die Frauentausch-Folge, wo einer, ich glaube, es war ein Typ, sich hinlegt und ein Live-Tisch quasi ist und Spaghetti auf seinem Bauch hat. Spaghetti Bolognese oder sowas, ne? Das ist auch so richtig abdrücklich. Abgründe. Ich stelle mir mal vor, stell dir mal vor, du schmierst dann Nutella irgendwie hinten rum und dann bist du dann da mit dem Finger mit der Nutella und sagst, na Schatz, schmeckt's? Ich habe diesmal gar kein Nutella genommen. Oh. Ich haue immer noch direkt eine zweite Geschichte von Dungan raus und zwar Smegma. Smegma? Ist der ein Begriff? Nee. Smegma. Smegma ist so die, die Ansammlung, also die weiße, gelbliche Ansammlung unter der Eichel eines Mannes, wenn er sich lange nicht gewaschen hat. Ach, Kuppenkäse meinst du? Auch bekannt als Kuppenkäse offensichtlich. Und da rief bei Dom ja niemand an und meinte, er findet es unfassbar geil, dass er sich tagelang nicht wäscht, seinen Smegma quasi sammelt. Ich rate euch nicht, bei Google Smegma einzugeben und sich das aufs Brot schmiert. Schmiert sich das aufs Brot und macht sich aber auch manchmal noch Fingernägel und Fußnägel darauf und sowas. Naja, es gibt halt extra Spice hier. Genau, kennst du ja, kennst du ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so diese, dieser Bauerninstinkt. Er hat was angebaut und er hat das geschaffen. Ja, natürlich, das ist doch vollkommen, ja. Also, dass er sagt so, er hat das produziert, das ist ein Teil von ihm, er isst es, das ist kein Problem, es ist vegan wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, und alles in Ordnung. Seine Stimme erinnert mich auch stark an deine damals. Habt ihr Bock auf ein paar mehr Crazy Fantasies, ey? Dann liked doch das Video und abonniert unseren Kanal und klickt auf Part 2 hier und dann geht's gleich weiter. klassisch. ätzlich. Vielen Dank.